In der Hölle herrscht Chaos. Die von den Dämonen abgeschlossenen Seelenverträge sind irgendwie durcheinandergekommen und die Seelen den falschen Dämonen gutgeschrieben worden. Da man sich nicht einmal in der Hölle auf die Bürokratie verlassen kann, liegt es nun an den Dämonen selbst, sich ihr Eigentum zurückzuholen. Das wäre auch kein Problem, wenn Dämonen nur nicht so verschlagen wären. Seelenchaos ist ein ungewöhnliches Kartenspiel für drei gerissene Querdenker, in dem kein Spieler mit den eigenen Karten spielt, sondern immer mit denen des benachbarten Dämons. Der befiehlt auch noch, welche Karte ein Spieler ausspielen soll. Doch ob man sich auch daran hält, bleibt allein dem dämonischen Gewissen überlassen. Man bekommt zwar Punkte für jeden Stich, den man macht, die Karte selbst geht allerdings zu ihrem Eigentümer zurück und bringt ihm den Kartenwert als Punkte. So richtig gönnen mag man den anderen Dämonen die Punkte natürlich nicht, da wäre es doch viel besser, wenn sich die hohen Karten der Gegner gegenseitig verbrennen. Das richtige Einschätzen der anderen Spieler, kluges taktieren und ein wenig Glück im richtigen Moment sind notwendig, um sich in diesem chaotisch verwirrenden Kartenspiel die meisten Punkte zu ergaunern. Unterstützt Seelenchaos ab sofort in der Spiele-Schmiede.